Wir sind diesmal wieder zu Gast im Dresdner Tierheim und das ist die kleine Cindy. Cindy ist ein kleines Dackelmädchen. Wie Sie merken, sie frisst sehr gerne. Das ist ihre große Leidenschaft. Cindy ist acht Jahre alt, ist eine ganz Liebe, ist noch ganz fit und verspielt und agil für ihr Alter, möchte gerne viele Spaziergänge machen, ist natürlich ein zauberhaftes kleines Hundemädchen mit einem ganz großen Dackelherz. Sie hat ein klitzekleines Handicap, sie ist Diabetiker, das heißt sie braucht Spezialfutter und muss täglich gespritzt werden, das muss auch wirklich zuverlässig sein, verursacht ein paar Kosten im Monat, aber Informationen dazu gibt es hier im Dresdner Tierheim und wie gesagt, Sie kriegen dafür ein ganz großes Dackelherz. Also wenn Ihnen die kleine Cindy gefällt, kommen Sie hier ins Dresdner Tierheim, unser Notfällchen des Monats.